Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1379. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Nach dem Lauf machen wir noch ein paar Fitnessübungen. So klingt der Tag optimal aus. Nach dem Lauf machen wir noch ein paar Fitnessübungen. So klingt der Tag optimal aus. Nach dem Lauf machen wir noch ein paar Fitnessübungen. So klingt der Tag optimal aus. Danke, dass du mir alles so gut erklärt hast. Jetzt habe ich es verstanden. Danke, dass du mir alles so gut erklärt hast. Jetzt habe ich es verstanden. Danke, dass du mir alles so gut erklärt hast. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe diese Kapseln im Badezimmer gefunden. Wozu sind sie gut? Kann ich noch etwas Kaffee haben? Kann ich noch etwas Kaffee haben? Meine Tasse ist schon wieder leer. Kann ich noch etwas Kaffee haben? Meine Tasse ist schon wieder leer. Mal sehen, ob es nicht einen anderen Weg gibt, das Problem zu lösen. Mal sehen, ob es nicht einen anderen Weg gibt, das Problem zu lösen. Mal sehen, ob es nicht einen anderen Weg gibt, das Problem zu lösen. Die Rezepte für meine Kuchen finde ich im Internet und in Büchern aus der Bibliothek. Die Rezepte für meine Kuchen finde ich im Internet und in Büchern aus der Bibliothek. Die Rezepte für meine Kuchen finde ich im Internet und in Büchern aus der Bibliothek. Es schmeckt gut. Ich verrate dir mein Bananeneisrezept. Es schmeckt gut. Ich verrate dir mein Bananeneisrezept. Es schmeckt gut. Ich verrate dir mein Bananeneisrezept. Mähst du heute den Rasen? Du wolltest es schon letzte Woche tun. Wo ist der Rest der Schokolade? Ist das alles, was übrig geblieben ist? Wo ist der Rest der Schokolade? Ist das alles, was übrig geblieben ist? Wo ist der Rest der Schokolade? Ist das alles, was übrig geblieben ist? Ich habe dieses Projekt beim Londoner Architekturwettbewerb eingereicht. Ich habe dieses Projekt beim Londoner Architekturwettbewerb eingereicht. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Auf welchem Kontinent liegt das Land, in dem du Urlaub machen willst? Beginnen wir den gemütlichen Abend mit unserem Lieblingsgetränk. Eine Sonnenbrille muss von guter Qualität sein. Und sie muss auch optisch zu meiner Kleidung passen. Eine Sonnenbrille muss von guter Qualität sein. Und sie muss auch optisch zu meiner Kleidung passen. Eine Sonnenbrille muss von guter Qualität sein. Und sie muss auch optisch zu meiner Kleidung passen. Wir machen heute eine Wanderung in den Bergen. Der Teddybär ist darauf vorbereitet. Wir machen heute eine Wanderung in den Bergen. Der Teddybär ist darauf vorbereitet. Wir machen heute eine Wanderung in den Bergen. Der Teddybär ist darauf vorbereitet. Mein Impfausweis ist auf dem Smartphone. So habe ich ihn immer dabei. Mein Impfausweis ist auf dem Smartphone. So habe ich ihn immer dabei. Mein Impfausweis ist auf dem Smartphone. So habe ich ihn immer dabei. Hier ist das Popcorn. Welchen Film hast du ausgesucht? Hier ist das Popcorn. Welchen Film hast du ausgesucht? Hier ist das Popcorn. Welchen Film hast du ausgesucht? Neben meinem Job kümmere ich mich gleichzeitig um das Staubsaugen und um das Wohlergehen meines Kindes. Neben meinem Job kümmere ich mich gleichzeitig um das Staubsaugen und um das Wohlergehen meines Kindes. Neben meinem Job kümmere ich mich gleichzeitig um das Staubsaugen und um das Wohlergehen meines Kindes. Bei dieser Übung komme ich ganz schön ins Schwitzen. Ich wusste nicht, dass es so schwer ist. Bei dieser Übung komme ich ganz schön ins Schwitzen. Bei dieser Übung komme ich ganz schön ins Schwitzen. Ich wusste nicht, dass es so schwer ist. Mein Knie tut weh und ich kann nicht mehr laufen. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.